Hannes Stelzer war ein österreichischer Schauspieler. Leben als ältester Sohn einer armen, umherziehenden Schauspielerfamilie war Stelzer von den Eltern nicht gerade zum Theaterspielen getrieben worden. Eingeschult wurde Stelzer in Hanau am Main, doch aufgrund der Wanderschaft seiner Schauspielereltern folgten zahlreiche Schulwechsel, die mit Integrationsschwierigkeiten verbunden waren. Eine erste Theatererfahrung erfolgte in Mühlhausen, Thüringen. Dort zog Mutter Stelzer ihren Sohn entgegen ihrer sonstigen Gewohnheit für eine Kindertanzszene in die Fledermaus heran. Als 14-Jähriger bemühte er sich schließlich aus eigenem Antrieb, nach dem Erhalt einer Absage für eine Kinderrolle beim Film, um eine Aufnahme an die Wiener Schauspielschule, während er bei einem Wiener Onkel lebte. Als Schreiner verdiente er sich sein Studiengeld. Stelzers honorarloses Bühnendebüt war der alte Klinkert in Hasemanns Töchter von Adolf Larange. Eine Mitwirkung als bezahlter Statist in Wallenstein am Deutschen Volkstheater wurde ihm während der Generalprobe versagt, nachdem der Direktor des Hauses sein kindliches Aussehen bemängelt hatte. 1928 erhielt Stelzer beim Neuen Theater Frankfurt am Main die Möglichkeit eines ersten Festengagements. Als sich jedoch auch hier nach einiger Zeit seine Jugend als Problem herausstellte, wechselte er 1931 nach Bremen. Hier erhielt Stelzer Aufgaben vor allem in modernen Stücken, spielte aber auch den »Romeo«. Nach drei Jahren folgte Stelzer einem Ruf nach Darmstadt an das Landestheater, wo er sich vermehrt in den großen klassischen Rollen ausprobieren konnte. Der Ruf zum Film erfolgte auf Empfehlung über Bremen, schließlich gerade aufgrund der Jugend Stelzers. Als man 1934 für »Der alte und der junge König« mit Emil Jannings den Darsteller für »Den jungen König« in Bremen suchte, erinnerte sich der dortige Theaterleiter an Stelzer. Doch schließlich erhielt Werner Hinz die Rolle. Jannings jedoch war von Stelzer angetan und besorgte ihm wenige Monate später die zentrale Rolle des Primarners Kurt von Zetlitz in »Traumulus«. So verlegte sich Stelzers Tätigkeitsfeld mehr und mehr auf den Film, wobei er große Erfolge feiern konnte. Er entsprach den Vorstellungen eines unerschrockenen Helden und avassierte schnell zu einem populären Uferstar, zum Beispiel in der Titelrolle von Truxa, einem Drahtseilartisten, oder als Mozart in »Eine kleine Nachtmusik«. Mit Kriegsbeginn konnte Stelzer weniger drehen, spielte aber noch in einer Anzahl Filmen die Starrollen »Z.« b. als Flieger in Stukas. Selbst als Soldat im Luftkampf eingesetzt, kam er Weihnachten 1944 um. Vermutlich wurde er durch sowjetische Flak oder Flieger abgeschossen, laut Wehrmachtbericht dagegen stürzte er ab, als er bei Schneesturm in eine Hochspannungsleitung flog. Er war mit der kurz zuvor verstorbenen Schauspielerin Maria Barth verheiratet.